Ich weiß, dass wir am Talboden sind. Aber was ist mit dem Suramag Daraus geschehen? Er kann sonst nirgendwo hin. Wir sollten uns trennen und umsehen. Der Tods! Der Tods! Was machst du denn? Los! Nicht anhalten! Renn weiter! Wir können sie nicht zurücklassen! Nein, sie kann dieses Ding nicht aufhalten. Wir müssen ihr helfen!